Ja Leute, bevor das hier losgeht, möchte ich euch eine App vorstellen. Auf dieser App könnt ihr sehen, wie viele Kalorien ihr gegessen habt, wie viel ihr noch essen dürft und wie viel ihr auch verbrannt habt. Wenn ihr beispielsweise joggen geht, Gym oder sowas, verbrennt man ja auch was und das könnt ihr diese App einmal mit eingeben und die App zeigt euch dann an, wie viel ihr schon verbrannt habt. Und ja, ich finde die App ganz cool. Ich würde es euch jedenfalls empfehlen. Ladet euch herunter, die ist kostenlos und ich kann eben diese App wirklich nichts sagen. Das ist so eine coole App und die hilft mir auch wirklich weiterhin beim Abnehmen. Ich habe jetzt schon ein Kilo mit dieser App abgenommen. Ich habe die aber auch erstellt ein paar Tage oder so drauf und benutze sie regelmäßig. Bleib mal eben Freunde. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So, und dann der schöne Monate. Und was geht euer Junior? Und wie haben wir die Freunde? Heute zeige ich euch mal meine Shampoos und meine Deos, die ich so regelmäßig benutze, Leute. Ja, ich fange jetzt einmal mit dem Shampoo an, Leute. Da habe ich noch zwei von und das ist mir auch absolut reich. Die sind noch nicht einmal teuer oder so, könnt ihr euch auch holen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit das hier an, Leute. Das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ein sehr, sehr nice Shampoo, haltet zwölf Stunden. Kann man sich nicht beschweren, das ist wirklich ein sehr cooles Shampoo, riecht auch sehr gut. Und ja, sehr cool. Gefällt mir wirklich sehr gut. Dann, Leute, fangen wir mit dem zweiten Shampoo an. Das ist dieses Shampoo. Das ist auch echt gut. Shampoo für Haut und Haare. Also, ja, kann man auf jeden Fall nachmachen. Und dann, Leute, kommen wir jetzt zu meiner Deos. Das war es schon mit dem Shampoo. Mehr benutze ich großhernd nicht. Und ja, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu meiner Deos. Das sind jetzt mal die ersten zwei. Die ich damals ja oft benutzt habe. Jetzt stehen die Großhernden nur noch rum. Ich benutze nur noch manchmal. Es kommt immer drauf an. Und ja, die sind sicherlich auch ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Also, wie gesagt, ich benutze nicht mehr so regelmäßig wie damals. Weil ich habe viele Deos in dieser Zeit getestet. Und viele Gerüche gerochen und so. Was mir halt am meisten gefallen hat, das benutze ich jetzt am meisten auch. Und ja, wir haben auch nochmal so zwei Shampoos. Die halten, äh, zwei Deos meinte ich. Weil auch 48 Stunden dann die halten, von hoch her. Und die sind auch ganz okay, kann man sich nicht beschweren. Äh, habe ich damals auch sehr oft benutzt. Sind ja so die zwei gleichen. Und ja, das ist okay, kann man machen. Da habe ich nichts gegen einzurichten. Ja. Dann, Leute, haben wir jetzt hier drei Shampoos. Äh, die, wie kommen die dauernden Shampoos? Ich meine, die Deos. Die ich jetzt Radeozeck-Aktiv benutze. Am meisten das hier, Leute. Ich brauche nur noch Shampoo, damit wir das zeigen, Leute. Das ist genau der gleiche Geruch. Und alles mögliche, das ist wirklich 10 von 10. Absoluten Lieblingsgeruch. Und, ähm, das ist so die Bundeswelt manchmal. Wenn ich jetzt beispielsweise, das jetzt hier liegt irgendwo anders. Oder du benutzt ja wahrscheinlich ein anderes oder so. Wenn ich es eigentlich habe oder so. Ähm, ja. Leute, ich hoffe, ich habe das Video gefallen. Mal erstmal mal ein kleines Video. Äh, demnächst wird noch ein großes Video kommen, Leute. Ähm, ja. Ja, ich fahre nach Hannover. Das möchte ich noch mal kurz noch mal sagen. Ich fahre nach Hannover zu einem legenden Spiel gegen Influencer. Das wird richtig geil. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Und darum, ähm, habe ich gesagt, ich mache noch mal ein kleines Video davor. Und dann kommt dann ein großes Video. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch was aufnehmen, bevor ich gesagt habe, aufgenommen werde. Das Video kommt wahrscheinlich erst Sonntag oder so. Ähm, wo ich nach Hannover fahre, mal gucken. Und der war neben Freunde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Müsst ihr aber nicht. Und ja. Haut rein. Ciao. Ciao.